ja hallo zusammen zu einer neuen runde titan quest und ich sag es gleich von vornherein diese woche wird es nur titan festgeben und nächste woche nur last epoch weil es einfach zeitlichen jama schaffe deshalb nämlich halt nur heute las ich quatsch titan fest auf und ja ich schaffe es nicht anders ich bin jetzt auch noch so ein bisschen krank ein bisschen krank in der birne war ja schon immer aber ja grippala effekt hat mich erwischt nicht schön braucht kein mensch aber ist halt so ja und so habe ich mir gesagt heute gibt es heute nämlich fünf folgen titan quest auf und ja dann haben wir das und dann noch mehr kannst du mal super hätte ich mir denken dann gehen wir einfach ticken hallo pannas ja ansonsten ja scheiß grippala ein effekt hat mich irgendwie erwischt und für mich so ein bisschen ausgekotzt aber das passiert halt manchmal ich hatte ja schon die böse befürchtung weil ein arbeitskollege von mir hatte oder hat sich corona gefangen und nicht dass sie mir das irgendwie da auch eingefangen habe erneut sind die die welt nicht braucht aber ich habe zwei bis drei waren es jetzt drei tests gemacht und die waren alle negativ dann hoffe ich auch mal dass das passt das ist auch wirklich so ist aber bei diesem schnell test ist ja mal so eine sache ja wie gesagt ansonsten ja wir haben endlich unsere kohle gekriegt vom insolvenzverwalter hat das war immer was positiv ist das war gestern wächter kürz ich glaube nicht dass der kalt ihn erstmal wächter heim ja das recht defensives ding das uns aber auch nicht wirklich hilft schnauze ja wie gesagt und das wird mich entweder heute oder den restern morgen das weiß ich noch nicht kann ich noch nicht genau sagen auch meine frage dessen wie fit man sich fühlt so hat er war mal hier irgendwie lang so an bord na dann Komm schon, fallt es um. Na gut, geht doch. So. Jo. Mein nächstes Projekt habe ich dann jetzt auch schon. Das wird dann im März passieren. Habe ich schon mal bei Twitch gezeigt, dass ich jetzt, ja, 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 ist ja gut, dass ich jetzt eine schöne Beleuchtung für den in den PC einbauen werde, weil hardwaretechnisch sehe ich jetzt gerade überhaupt nichts, was ich machen will. Ich hatte kurzzeitig darüber nachgedacht, doch auf dem Z97-Bord zu wechseln mit DDR5, aber offen gestanden, so viel mehr Performance ist es nicht, auch wenn es die neuere Speichervariante ist. Und von daher habe ich das wieder verworfen und werde jetzt stattdessen von Li an Li mir Lüfter verbauen, die schön bunt blinken, leuchten. Ich weiß, das ist eine reine Optik-Geschichte, aber ja. Will ich machen, will ich haben. Ist nicht jedermanns Ding oder beziehungsweise viele sagen auch, sie brauchen das nicht. Brauchen tue ich es auch nicht, finde es aber trotzdem cool. Und dann gibt es noch so ein, was sollte das denn werden, werde ich noch so ein 24-pulliges Strungenführungskabel mit Beleuchtung nehmen und dann ist der auch schick von innen, aber das wird erst im März passieren. Zwar die Teile schon bestellt, aber. Aber es ist halt so, weiß ich nicht, zum einen finde ich, sieht das immer sehr geil aus. Da kommen dann 10 Lüfter rein. Eieiei, da habe ich ja ganz schön prügelbezogen, sehe ich gerade. Nicht nett. 10 Lüfter rein, 3 oben, an dem Radiat der Wasserkühlung, 3 vorne, da wo man noch eine Grafikkarte hinhängen kann, 3 unten und einer hinten. Ja. Dann kann man sich auch an dem Anblick erfreuen. Auch wenn man da nicht dauernd hinguckt, aber irgendwie, ich bastel halt zu gerne. Dann könntest du dich mal um den Typen da kümmern, der mich da gerade verhaut. Ja. Ansonsten haben wir gerade eben noch Podcasts aufgenommen. Was ist das? Wann habe ich die denn liegen lassen? Man weiß es nicht so genau. Dann müssen wir wohl noch mal zurückgehen. Coiner Gürtel, whatever. Heute Abend werde ich vielleicht, wenn ich dann noch fit bin, ein bisschen streamen. Heute ist Samstag. Ja, ich muss gucken, wie fit ich bin. Und ich weiß ja noch nicht, worauf ich Bock habe zu streamen. Kennt ihr das irgendwie? Hab Bock zu zocken und ihr wisst nicht was. So fühlt sich das gerade an. So. Hier waren wir also schon mal, weil sonst wird das hier nicht das Feuer brennen. Wie gesagt, da gibt es die Woche drauf, gibt es fünf Folgen Last Epoch. Und dann versuche ich wieder zwei Folgen am Tag zu machen, aber zur Zeit klappt das nicht so. Das ist halt alles gerade ein bisschen nervig und stressig. Aber von daher seid mir da nicht böse, dass ich das so mache, aber es geht nicht anders. Ich hoffe da halt einfach auf euer Verständnis. Das ist doch so, was ich noch nicht darf, wollte ich doch sagen, dass sowas in Bonn ist. Ja, 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 ja. Ich denke mal, dadurch, dass hier die Flammen sind, bin ich in diese Richtung weiter. So. So. Ah, hier ist nichts weiter. Hier ist auch nichts, da kommt uns schon was entgegengepässt. Aha, als wäre alles wieder mit dem Internet verbunden, so ein Schwachsinn. Das sind die ganze Zeit, dieser komische Treiber meldet seltsame Dinge manchmal. Das ist der Treiber der Intel-Onboard-Grafik, also die auf dem Chip drauf ist, die Grafikkarte. Die meldet teilweise kompletten Schwachsinn. Na gut, ich nehme das einfach mal so zur Kenntnis. Das mal beobachtet, nachdem die mir das das erste Mal gemeldet haben, da habe ich gedacht, naja, haben wir jetzt Internet-Connection-Lost gehabt, aber dem war nicht so. Auch immer der Treiber meint, wir sind nicht online, muss man nicht verstehen. will ich auch ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich nehme es noch einen nighten Dingern. Ich nehme meine Haute-Connection. Ich nehme es auf den Brief auch. So. So, das war dann die Montagsfolge. Wie gesagt, diese Woche immer nur Titan Quest, morgens um 9. Nächste Woche nur Last Epoch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag. Schönen Start in die Woche. Lasst es euch nicht gehen. Tschüss.